Willkommen zurück liebe Freunde so als das heißt willkommen zurück ich meine ja ich bin zurück liebe Freunde er so okay das ist besser Checkpoint Wieso hatte ich wohl auch ein Checkpoint? Hier ist nix Nichts Wir haben vor dem Fernsehen geschaut Da ist ein Medipack So macht man das Nichts Ja der ging ja wirklich voll in die Zeit So danke die nehme ich Warte mal das war doch das wo wir dann jetzt so ringerische Reihe gespielt haben So Ich verfehle selten mein Ziel lieber Freunde Merk dich das Okay die nehme ich das nehme ich So So wir müssen hier ach so wir müssen da durch Einfach nur weil wir es können Es ist so geil dieser Sprung Fetzt voll Ernsthaft bei der Büsche runterfallen So jetzt mach ich hier mein Safe Also es ist wirklich einfach wenn man weiß wo was ist Deswegen bin ich froh und gestorben Gott sei dank habe ich jetzt hier gespeichert Leider Typ auch ne Schrot hat Aha Interessant Interessant Alter was bist du für einer Ich habe schon gar nicht gesehen Hast du es gesehen? Die Wache hat gerade geschossen ohne damit jemand gehalten hat Na gut es ist halt auch ein Horrorspiel Wo übernatürliche Sachen passieren Hä? Wo stehe ich nicht? Was habe ich denn jetzt aktiviert? Ist jetzt irgendwas geöffnet oder so? Hm Aha F5 Seid bereut ein geschützt zu sein Ein übermächtiges Was den Gegnern ordentlich den Arsch zu holen wird Eins Zwei Drei Zwei Kommt schon weiter Ziemlich steige Frameskips Aber wieso? Ok, ich glaube das war's dann Ähm, ach F war's, F Ok Dann gehen wir mal zurück und schauen mal welche Tür wir jetzt geöffnet haben Alter, das ist gerade echt übel Was lädt das Spiel? Das ist bestimmt nichts Gutes Ich muss aber nochmal Zwischenspeichern Oh, ein Checkpoint Ok, also da muss jetzt irgendwas etwas Größeres kommen Wenn er gerade so übelst gerüdelt hat Ich frage mich nur was Ach, das ist auf, ok Nein, der ist auch nur vorher auf Das ist jetzt auf Hallo Hallo Oh, hallo Na Mensch, wie sieht's denn hier aus? Mann Geschwut Der ist nicht durch mich gestorben Ne Das kann man mir nicht weismachen Wut Wut Alter, warum Hakelt das jetzt so? Ich mach doch gar nix Nervig Nervig Gegner Nein, das hab ich nicht gemeint Watsch Ich mach doch . Ihr geht Woaaaaah Okay, deswegen hat er so gewählt und sei, der die ganzen Truppen geladen hat Okay Okay. Wut! 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 Ja, jetzt rödelt es nicht mehr. Er hat wahrscheinlich hier die Umgebung in die geladen und da scheint es ein bisschen Probleme gegeben zu haben. Wut! Rüstung! So! Safe! Okay, jetzt überlege ich aber gerade, wie... Hä? Wir haben doch wohl übelst viele von denen bekommen. So! Ups, jetzt haben wir jetzt schon die Mr. and Mrs. Bow Und Junior Bow natürlich, nicht zu vergessen Ähm Ich würde halt interessieren, ob ich das jetzt war Ja Dann heilen wir uns ganz hoch Und save nochmal hier Okay, also für unsere übercoole, monstermäßige Ich zieh dir Haut und Fleisch von den Knochen Waffe haben wir noch insgesamt Natürlich hat er uns gesehen Next reflexe jetzt mit den soldaten frosch im hals an die Soldatenabschätze irgendwie weniger Probleme glaubt mittlerweile habe ich es ganz gut raus wie sie laufen sich bewegen schwachstellen um ich meine ich erledige sie sogar im Sprung im Sprung aus der Drehung heraus in den Kopf durch drei Wände ich heiße diese Shotgun-Typ guter Rechnung ah ne Wester was ist denn so los ich verliere gerade irgendwie bis ich meine Stimme das nervt ähm da steht doch einer ich speichere mal okay okay also das war jetzt ziemlich lustig ich bin mit dem Fuß im Mikro ähm in den Kopfhörern hängen geblieben habe mir die Kopfhörer runtergerissen und die Kopfhörer sind aus dem Mikro und habe ins Mikro geschmissen Åh das war jetzt auf der der den die und die 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 der